Guten Tag miteinander, mein Name ist Markus Benz. Mein Name ist Thomas Hilbold vom Duo Thomas & Markus. Und ich freue mich, ich sehe heute meinen langjährigen Freund, der Thomas, zum ersten Mal nach der grossen Corona-Krise. Es war eine ganz schöne Zeit, muss ich sagen. Ich freue mich ausserordentlich. Der Markus ist ein strenger Kerl, muss ich sagen. Ein Arschloch. Wir werden uns jetzt sportlich betätigen, zum Vorbereiten auf Tournee. Ich bin gespannt, wo er ist. Markus! Markus! Thomas! Markus, machen wir doch keine Corona-Distance. Hoi! Machen wir mit dem Fuss. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Hoi, Markus. Wir haben beide das Gleiche. Also, wow, jetzt sind wir miteinander. Wir gehen miteinander auf den Vitaparcours. Ja, genau. Markus, das hast du noch nie gemacht. Schau jetzt, Markus. Wichtig ist beim Sport, dass wir die Kleider kompakt tragen. Ja, das ist gut. Willst du es flattern, Markus? Und Wind. Darf ich ganz schnell informieren? Ja. Du musst in Corona keinen Abstand halten. Die Sachen müssen reingeschoppt werden, gell? Aha, wegen Wind. Du wirst es flattern, du bist aerodynamisch. Ich weiss, Markus. Den kann ich nachher rüberziehen. Genau. So. Markus, wer bin ich? Die falsche Periode. Ja. Ich habe die Antwort vergessen. Ich habe sie nicht mehr gefunden. Nein, ich habe sie nicht gefunden. Es ist nicht die Original-Marcus-Periode. Das hat niemand gemerkt. Das hat niemand gemerkt. Ja, das ist sicherlich. Markus, das wissen wir. Wir müssen jetzt mal sagen, Sport, live, let's go. Ha? Markus! Nein, Markus! Komm! Komm! Komm, Markus! Lauf die Kamera? Gut. Also, ja genau. Fernseher. Also, da haben wir jetzt die Plagette. Zürich Vita Parcours. Ja, da stehen wir vorne im Vita Parcours. Ich muss erwähnen, ich habe ja im 1984 der Heilsarmee Vita Parcours gewonnen. Und jetzt ist Markus mit meinem Partner. Ja? Jetzt kommt die Freude langsam auf. Kannst du meine Töcher tragen, bitte? Hoppla!